Seid gegrüßt. Ich habe heute die Ehre, Frederik Rosat vom Bündnis Sarah Wagenknecht bei mir zu Gast zu haben. Seid gegrüßt. Moin. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich erstmal vorstellst. Ich meine, ich hatte ja schon mal einen Stream mit dir und ein paar anderen, aber viele Zuschauer wissen wahrscheinlich trotzdem nicht mehr, wer du warst. Also, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Frederik Rosat. Ich komme aus Emden, Ostfriesland. Ich war, bevor ich beim BSW war, war ich bei Die Linke, aber aus bekannten Gründen konnte ich diese Politik da nicht mehr mittragen. Somit wurde ich dann auch einer der Mitbegründer vom Vorgänger der Partei, dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht, dass sich dann ja auch aus den, dass daraus sich dann ja auch im Januar die Partei gegründet hat, wo ich dann ja auch mit beim Gründungsparteitag war. Ja, was mache ich so? Ich arbeite im Schichtdienst. Diese Woche habe ich Spätschicht. Ich bin ein bisschen müde und kaputt. Verzeiht mir das ein bisschen, wenn alles nicht so klar rauskommt. In meiner Freizeit engagiere ich mich halt sehr stark für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich mache aber auch noch kommunal viel. Ich bin zum Beispiel ein sogenannter Dorfkümmerer. Wenn ältere Menschen oder Leute, die nicht so viel Geld haben, wenn die Hilfe brauchen bei Technik, wenn es Kleinigkeiten im Garten sind oder wenn irgendwas repariert werden muss, helfe ich da auch noch mit. Ich bin bei Ehrenamt Emden tätig. Wenn Menschen Hilfe brauchen, Fahrdienste, mache ich diese auch. Also kostet viel Freizeit, macht aber Spaß. Nebenbei führe ich noch eine Ehe. Ich bin ganz froh, dass meine Frau noch die Scheidung eingereicht hat, aber sie hält mir ganz gut den Rücken frei. Und ja, es macht alles Spaß. Der Wahlkampf ist im Moment hart. Da wird mit harten Bandagen im Moment gekämpft und kostet viel Energie. Aber für den 9. Juni lohnt sich das. Warum bist du von der Linkspartei zum Bündnis Sarah Wagenknecht gegangen? Aber da gab es sehr viele inhaltliche Probleme. Einerseits wurde jedes Mal gegen Sarah geschossen, anstatt hier die eigenen Wahlniederlagen zu analysieren. Und ich war da auch in einer parteilichen Opposition irgendwann mal. Also viel mit dem Parteivorstand dann auch geredet in Zoom-Meetings und was weiß ich alles, Und ich habe auch in der Mitte des Mitglieder Zooms und so auf Landesparteitagen Kritik geäußert, weil sich auch die Linke auch inhaltlich auch immer mehr zu den Grünen zugewandt hat. Es gab gar keine klare Friedensposition mehr. Ja, das war alles nur noch nebenbei. Man hat sich auf ein städtisches Großstadtmilieu gestürzt und dabei die Leute auch auf dem Land vergessen. Und das hat mich alles sehr gestört. Und ja, ich war damals kurz zu überlegen, wieder rauszutreten. In Emden war ich Gott sei Dank nicht wie in anderen Kreisverbänden in einem sehr guten Umfeld, wo wir so gut wie strömungsfrei waren, wo wir auch gar keine Bewegungslinken hatten, die viel angetrieben haben. In einer Partei war eine kleine Mehrheit, aber leider eine laute Mehrheit. Ja, und somit blieb der Schritt zur neuen Partei leider, auch traurigerweise muss man sagen, blieb mir der dann auch gar nicht mehr weit. Ja, Bewegungslinken, welchen Namen verbindet man denn damit? Ich möchte gar nicht mehr so viele Namen nennen. Nee, nicht aus deinem persönlichen Umfeld. Jetzt so öffentlich bekannte Politiker, Leute, die sich nicht häufig mit der Linkspartei beschäftigen, die wissen gar nicht, was mit Bewegungslinke gemeint ist. Ah, Bewegungslinke, ja. Also Martin Schiedewang zum Beispiel ist jetzt nicht direkt in den Bewegungslinken, unterstützt die Strömung aber. Oder, ach, wie hieß der? Den Namen habe ich schon gelöscht. Bernd Rieksinger? Ja, genau, richtig. Ja, den Namen hatte ich schon gelöscht, tut mir leid. Er und hier Kipping haben das natürlich ganz stark vorangetrieben, was dann ja auch in einem extremen Mobbing gegen Sarah geendet hat. Ja, das war diese alte Parteiführung, die Sarah Wagenknecht da so nonchalant nach der Bundestagswahl, wo sie noch als Spitzenkandidatin angetreten war, abgesägt hatte. Also die quasi den Untergang der Linkspartei, den wir jetzt beobachten, eingeleitet hat. Und du hast die Friedenspolitik angesprochen. Also welche Rolle spielt denn da Personen wie Bodo Ramelow, die sich ja ganz öffentlich dazu geäußert haben, dass man Waffen an die Ukraine liefern solle, ganz egal, was das Parteiprogramm sage? Natürlich eine ganz starke Rolle spielt das, weil man sieht, man merkt es jetzt auch im Wahlkampf. Es wird jetzt nicht direkt angesprochen, dass man gegen Waffenlieferung ist. Das hört man sehr selten, sondern der Diskurs aus progressiven Kreisen, dieses sogenannte progressive Netzwerk, sagt ganz klar, wir dürfen nicht so sehr das Thema diskutieren, sondern sagen dann lieber, nicht immer mehr Waffen zu liefern. Und Ramelow ist da natürlich ein ganz großer Garant für. Er hat Macht in der Partei, er ist Ministerpräsident und da wird man schon vorsichtig sein, dass man nicht so viel in der Öffentlichkeit gegen Waffenlieferungen sich einsetzt. Und mit Ramelow? Ja. Das ist ja auch nicht nur der Faktor Ramelow, es ist ja auch der Faktor Carola-Rakete. Das kommt ja auch noch dazu. Die hat ja auch erst kürzlich in einem Taz im Interview gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, Raketenwerfer und was weiß ich zu liefern und tituliert das dann als Defensivwaffen. Und da sehen wir diesen allgemeinen Sprech im Moment, der im Wahlkampf von Die Linke auch ist. Und nur nochmal zur Klarstellung, auf was Carola-Rakete gesagt hat, es gibt keine Defensivwaffen in dem Sinne. Das ist einfach ein erfundenes Wort, was gemacht wurde, um Waffenlieferungen zu rechtfertigen, irgendwann mal. Weil eine Defensivwaffe wäre nach Definition ein Helm oder Schutzkleidung. Also da spielen im Moment sehr viele Faktoren zusammen. Ja, oder diese Luftabwehr, die dann immer als Defensivwaffen tituliert wird, wir wissen ja, dass man mit diesen Raketen eben auch Ziele am Boden beschießen kann. Also das ist ja nicht einfach nicht so, dass die eine Waffe nur dazu dient, einen bestimmten Luftraum zu schützen und die andere dann nur zum Angriff dient. Das ist ja eine schwachsinnige Unterscheidung, die man verwendet, um den deutschen Waffenlieferungen schmackhafter zu machen. Aber kommen wir nochmal zum Thüringer Landesverband der Linken. Der hat nämlich vor kurzem etwas, man könnte sagen Lustiges, man könnte auch sagen Erschreckendes gemacht. Ramelow hatte ja vor einigen Jahren noch selber Waffenlieferungen in die Ukraine und die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Und jetzt jüngst hat die CDU ja auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Und da hat der Thüringer Landesverband irgendwie diese Forderung von Ramelow vor zwei Jahren mittlerweile wieder vergessen. Also die Thüringer Linke ist jetzt anscheinend doch gegen die Wehrpflicht. Und hat das auf einem Plakat sehr überzeugend argumentiert. Die CDU führt mit ihrer Kriegstreiberei und der Forderung nach einer Wehrpflicht die Menschen zu den Putin-Freunden von BSW und AfD. Also das hört sich so an, als würden BSW und AfD bald eine Koalition planen, um Vladimir Putin die Kontrolle über Russland zu übergeben. Also das ist mittlerweile diese völlig, die Kontrolle über Deutschland zu übergeben, das ist mittlerweile die völlig Propaganda, die bei der Linkspartei gefahren wird. Was sagst du dazu? Ja, ich sehe das ja nicht nur als Propaganda. Ich sehe das auch einfach so, dass sie auch jetzt ein bisschen Schiss kriegen. Und man merkt ja auch an ganz vielen Mandatsträgern von Die Linke oder auch von hier Europakandidaten von den Linken, dass sie sich doch lieber immer noch an uns abarbeiten, obwohl wir weg sind und gar nicht mehr auf eigene Inhalte losgehen. Da könnte ich jetzt ein paar Beispiele nennen. Also das ist ganz, ganz witzig, auch wenn man uns unterstellt, dass Dieter Deben bei uns ist und was weiß ich wer. Und naja, Die Linke versucht sich halt dem Mainstream anzuschließen, uns zu diffamieren, uns in irgendeine Ecke zu stellen. Und wie Christian Laie so schön sagte, Captain Niveau lässt grüßen. Also wie beobachtest du den Umgang mit diesen Angriffen aus der Linkspartei? Also normalerweise reagieren wir da gar nicht drauf. Bei dem letzten Post mussten wir drauf reagieren, was wir als BSW vor allem und Christian dann auch gemacht haben. Weil im Endeffekt, wir haben keine Lust darauf, uns mehr auf unsere alte Partei abzuarbeiten. Das muss man ganz klar so sagen. Und ja, mich kümmert es auch mittlerweile nicht mehr. Ich finde es nur schade, dass sich das so entwickelt hat. Aber die letzte Stellungnahme zu diesem Post vom Thüringer Landesverband, die musste einfach sein, weil das ist schon unterste Schublade und das gehört sich nicht. Dann sollen sie uns lieber inhaltlich stellen. Dann kann man darüber diskutieren. Aber anscheinend fehlt ihnen den Inhalt und dann müssen sie so eine niveaulose Sache herauslassen. Ich beschäftige mich auch nicht mehr weiter mit Die Linke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab und zu lese ich vielleicht noch mal was. Aber ich sehe Die Linke nicht als politischen Gegner und ich lasse mich auch nicht von denen aufkratzen, dass wir unseren Wahlkampf vergessen. Ja, Die Linke dürfte ja eh bald irrelevant werden. Also ist das, glaube ich, nicht mehr die große Frage. Dann kommen wir, glaube ich, zum aktuellen EU-Wahlkampf. Also in Umfragen steht das BSW ja zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist ja eine sehr große Varianz. Und EU-Wahlen, die sind ja häufig ein wichtiger Stimmungstest. Also der Höhenflug der Grünen hat ja, also den wir in den letzten fünf Jahren gesehen haben, der hat ja mit einem großen Sieg bei der EU-Wahl 2019 begonnen, wo die Grünen ein überraschend starkes Ergebnis hatten. Wie siehst du hier die Position des BSW? Also ich sehe hier die Position des BSW ganz stark, weil wir sind die einzige Partei, die definitiv, also die einzige relevante Partei, die definitiv auf soziale Gerechtigkeit setzt und die auch definitiv auf Frieden setzt, auf Verhandlungen. Das ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal und das honorieren uns die Leute auch. Und das höre ich auch ganz oft bei Veranstaltungen, mit denen ich rede. Das höre ich ganz oft bei Leuten, mit denen ich auch mit dem Wahlkampf rede. Es ist auch interessant zu beobachten, dass auch viele junge Leute auf uns zukommen. So, und da rede ich von 16 bis 24, die unsere Position in Ordnung finden. Und die finden auch in Ordnung, dass wir uns für die Menschen in Gaza so einsetzen, was ja auch selbstverständlich ist. Und das machen die anderen Parteien einfach nicht konsequent. Und da sehe ich uns in einer gestärkten Position. Das muss ich auch ganz klar sagen. Wir haben auch eine gute Kandidatenliste, eine sehr gute Kandidatenliste mit Leuten aus allen Fachbereichen. Und das sehen die Menschen auch. Es ist anstrengend, ja. Es gibt auch Leute, mit denen man mehr diskutieren muss, die auch nicht immer von ihren Positionen abzubringen sind, die einfach dann nur hetzen wollen. Aber das ist Gott sei Dank nur eine Minderheit. Also ich sehe uns ganz klar gestärkt im Wahlkampf. Ich sehe uns auf einem guten Weg im Wahlkampf. Die Veranstaltungen sind gut besucht. Es gibt viel Applaus. Also der Weg ist bereitet. Und ich persönlich hoffe auf so ein Ergebnis. Oder ich schätze so 8, 9 Prozent sollten eigentlich drin sein. Und selbst wenn es 5 Prozent werden, sollte man nicht enttäuscht sein, sondern dann hat eine 3 Monate alte Partei oder 4 Monate alte Partei hat dann auch ganz schön mächtig die anderen Parteien geärgert. Das sollte man auch nicht vergessen. 9 Prozent sollten es schon werden, sonst kommt Michael Lüders nicht ins EU-Parlament. Das kann man an der Stelle, glaube ich, sagen. Du hast Gaza gerade schon angesprochen. Um mal zu einem ernsthaften Thema zu kommen. Du hast Gaza gerade schon angesprochen. Da sind ja alle Parteien, außer vielleicht Linkspartei und PSW, für weitere Waffenlieferungen und Geldzahlungen an Israel. Und man sieht mit dieser Politik der Bundesregierung eine extrem große Unzufriedenheit in der deutschen Bevölkerung. Also wie erklärst du es dir erst mal, dass die politischen Parteien hier so weit vom Willen der Bevölkerung entfernt sind? Denn jede Umfrage, die du dir ansiehst, die meisten Menschen sind gegen zusätzliche Waffenlieferungen nach Israel. Die meisten Menschen verurteilen das israelische Vorgehen in Gaza. Aber die Bundesregierung schafft es nicht. Also das heißt, die Bundesregierung, alle Parteien außer BSW und Linke haben diesbezüglich eine komplett kriegstreiberische Haltung und unterstützen das israelische Vorgehen im Großen und Ganzen. Ja, wie ist das zu erklären? Das ist eine sehr gute Frage. Wir erleben das ja nicht nur in Gaza, wir erleben das ja auch in anderen Sachen, dass die Regierung und die anderen Parteien, CDU, gegen die Interessen der Bevölkerung agieren. Das ist momentan so. In Gaza ist das im Moment ganz heftig. Ich sehe da auch einen sehr getriebenen Lobbyismus, muss man auch ganz klar sagen. Auch aufgrund hier von Rüstungskonzernen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine sehr starke Lobby hier in der Bundesregierung. Und damit lässt sich natürlich auch Geld verdienen. Und dann gibt es immer noch dieses aufgrund unserer Vergangenheit Ding gibt es ja auch noch, dass wir Israel auf alle Fälle immer zur Seite stehen müssen. Aber es ist ja nicht der Staat Israel, sondern die israelische Regierung, die hier ganz klar kritisiert wird und die auch kritisiert werden muss. Da ist die Bundesregierung und die CDU auch einfach nicht so imstande. Und da wird dann auch gegen die Interessen der Bevölkerung agiert. Und dafür wird dann für einen bestimmten Lobbyismus agiert. Und das sehe ich momentan ganz kritisch. Also die Waffenlobbyindustrie, die hat einen mächtigen Hintergrund. Und dafür werden dann auch eben über 30.000 Menschen in Gaza geopfert. Mittlerweile fast 40.000, ja. Ja, 40.000. Und die Zahlen steigen ja auch täglich. Und das muss beendet werden. Aber anscheinend, Geld zählt immer mehr. Und wenn man unsere Vergangenheit betrachtet, natürlich, Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen. Aber das geht momentan alles über Selbstverteidigung hinaus. Und das sehen wir auch an der Beantragung der Haftbefehle gegen Netanyahu. International bewegt sich da viel mehr. Ist man da auch offener gegenüber. Aber in Deutschland scheint man, ja, wie soll ich sagen, hart an Israels Seite zu stehen. An der israelischen Regierung. Entschuldigung. Und sieht einfach nicht das Leid der Menschen in Gaza. Also ich sehe da einen größeren Lobby-Einfluss der Waffenindustrie und anderer Interessen. anstatt sich für die Menschen da in Gaza einzusetzen. Und was auch. Ja, und unsere Bevölkerung sieht das ja auch. Und dann wird auch immer ganz schnell in den Medien auch ganz schnell die Antisemitenkeule rausgeholt. Was auch ganz schlimm ist. Aber, ja, schwierig. Echt schwierig. Wie gesagt, also ich sehe einen verstärkten Einfluss der Lobby. hinter der Gaza-Politik, der Israel-Politik, der Bundesregierung und der CDU. Meinst du damit? Und auch teilweise der AfD, muss man auch sagen, weil die AfD äußert sich da kaum zu. Da gibt es auch einen inhaltlichen Konflikt, der am Anfang des Hamas-Überfalls zu sehen war. Die verhalten sich da extrem ruhig bei. Und die äußern sich da so gut wie gar nicht zu. Das muss man auch sagen. Also wenn konsequent Frieden fordert, dann ist das wirklich nur BSW von den relevanten Parteien. Ja, in der AfD-Bundestagsfraktion, da ist ja sogar ein Rüstungslobbyist wie Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher. Und der ist extremer Pro-Atlantiker und fanatischer Israel-Fan. Also das ist schon sehr beachtlich, was für Leute da in der AfD für Außenpolitik zuständig sind. Und jetzt mal über die aktuelle Situation in Gaza hinaus. Wie sollte die langfristige Politik Deutschlands gegen Israel aussehen? Also du hast ja schon gesagt, dass erstmal Geldzahlungen und Waffenlieferungen an Israel bis auf weiteres eingestellt werden sollten. Einfach weil Israel da im Gazastreifen wirklich Verbrechen begeht, wie in den letzten Jahrzehnten seinesgleichen suchen. Also das ist glaube ich selbstverständlich, dass sich die internationale Gemeinschaft außerhalb des Westens auch größtenteils einigt, dass man das auf keinen Fall mit Geld und Waffen unterstützen darf. Es läuft ja nicht auch ohne Grund ein Verfahren wegen Beihilfe zum Völkermord gegen Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof. Das ist ja auch etwas, was hierzulande wenig Beachtung bekommt, seltsamerweise. Aber wie sollte Deutschland, wenn jetzt dieser Konflikt in Gaza vorbei ist und Gaza erstmal unter israelische Militärbesatzung gestellt wird, ähnlich wie das Westjordanland, wie sollte Deutschland sich dann langfristig verhalten? Also erstmal hoffe ich, dass der Gazastreifen nicht ständig militärisch besetzt wird von der israelischen Armee. Da müssen wir jetzt schon drauf gucken und drauf pochen. Ich würde auch nicht sagen, eine Politik gegen Israel. Also wir sollten Israel schon dahin treiben, dass sie sich aus dem Gazastreifen erstmal wieder zurückzieht. Und zusätzlich natürlich diplomatischen Druck aufbauen. Das kann Deutschland. Deutschland ist nicht so klein, wie es immer dargestellt wird. Deutschland hat starke diplomatische Beziehungen zu Israel. Und da muss man auch ganz klar auf die Zwei-Staaten-Lösung pochen. Und da muss man auch darauf pochen, dass eine israelische rechte Regierung nicht einfach scheiten und walten kann und Häuser platt machen kann und Leute dranglasieren kann und foltern kann. Also da muss Deutschland ganz stark hin agieren. Ich hoffe nicht, dass es zu einer militärischen Besatzung kommt. Ständigen militärischen Besatzung des Gazastreifens. Denn das wäre ein absolutes... Dann wäre die Zwei-Staaten-Lösung auch tot. Dann würde der Hass auf viele weitere Jahre, Jahrzehnte weitergehen. Und die Palästinenser hätten gar keine Chance mehr, sich irgendwie frei zu entfalten können. Weil dann wären sie endgültig vertrieben und würden ständig unter militärischem Joch leiden. Und das darf nicht passieren. Da muss die Bundesregierung jetzt unbedingt Druck dran machen. Das nützt nichts. Und das ist... So, sorry? Wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, die diplomatischen Beziehungen zu Israel deswegen jetzt komplett einzustellen oder sowas. Sondern da muss jeden Tag Druck gemacht werden, dass sie sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Dass Friedensverhandlungen kommen. Dass die Zwei-Staaten-Lösung vorangetrieben wird. Weil der Hass in der Region ist enorm. Auf beiden Seiten. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir brauchen jetzt eigentlich Entspannungspolitik. Genauso wie mit dem Iran brauchen wir eine Entspannungspolitik. Weil sonst fliegt uns da irgendwie alles um die Ohren. Dann ist das nicht nur Gaza, sondern das ist wieder der ganze Nahosten, der wieder anfängt zu brennen. Das ist ja auch der Krieg in Jemen. Das ist ja eine Schnur, die sich ja momentan durch den ganzen Nahen Osten zieht. Durch den Gaza-Krieg. Durch die israelische Regierung. Ja, du sprichst ja schon die extrem aggressive westliche und auch israelische Außenpolitik gegenüber dem Iran an. Darüber können wir gleich noch reden. Aber dieser palästinensische Staat, wo soll der denn entstehen? Also du hast gerade von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Das Westjordanland ist größtenteils von israelischen Siedlungen durchzogen und die wird Israel nicht wieder räumen. Das heißt, wo soll dieser palästinensische Staat überhaupt entstehen? Eine Zwei-Staaten-Lösung, die wird mittlerweile von den meisten Experten als völlig unrealistisch betrachtet. Ja, dafür gibt es ja aber auch Politik. Wenn der politische Wille da ist, kann man das erreichen. Und wenn man Gaza nimmt und das Westjordanland, dann lässt sich da eine Zwei-Staaten-Lösung realisieren. Also ich gebe die Hoffnung gar nicht auf, wenn ein politischer Wille auf beiden Seiten da ist, dann lässt sich das hinkriegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es muss ja eine Zwei-Staaten-Lösung her, aus meiner Sicht. Weil wo sollen die Palästinenser denn jetzt hin? Das ist ja die Sache. Und da muss man halt auch über die Gebiete sprechen, wie das Westjordanland und Gaza, dass dann palästinensischer Staat entsteht. Und ich finde das nicht aussichtslos, sondern wenn es diplomatischen Druck gibt, kann man das machen. Wie gesagt, der politische Wille muss da sein. Es kann auch, es kann was passieren. Dieser politische Wille ist ja nicht da. Also in den israelischen Rechten, da werden ja schon andere Lösungen für das Problem diskutiert, dass in diesem Gebiet halt Palästinenser leben und man dieses Gebiet gerne besetzen und Israel angliedern würde, man die Menschen aber nicht haben will. Also Israel tritt ja schon in Verhandlungen mit afrikanischen Staaten, um die Palästinenser eventuell dahin abschieben zu können. Denn es wird immer wieder darüber diskutiert, dass man die Palästinenser aus Gaza nach Ägypten vertreiben und die Palästinenser aus dem Westjordanland endgültig nach Jordanien vertreiben kann. Also in der israelischen Rechten existiert ja schon seit Jahrzehnten der Slogan Palestine ist Jordan. Also quasi Palästina ist Jordanien. Die Palästinenser haben ja schon ihren Staat. Also das sind ja Dinge, die dort diskutiert werden, die dort von Ministern offen gefordert werden. Das sind ja keine, also das sind ja jetzt nicht irgendwelche abseitigen Extremisten, also es sind schon Extremisten, aber keine abseitigen Extremisten. Das sind Extremisten, die in der israelischen Regierung sitzen und dort Politik machen können. Und da ist die Frage, du hast gerade zwei Staatenlösungen angesprochen, das ist komplett unrealistisch. Wie soll Deutschland da Druck machen? Also wir können, wie wir es aktuell machen, immer so diplomatische Noten rausschicken. Wir sind abstrakt für die Zwei-Staatenlösung, aber wenn dem nichts folgt, dann wird Israel seine Politik nicht ändern. Also Deutschland kann auf zwei ganz wichtigen Sachen Druck machen, indem sie, wie wir schon vorher angesprochen haben, die Waffenlieferung einstellt und auch, dass wir dann auch Geldflüsse einstellen müssen nach Israel. Das sind zwei wichtige ökonomische Faktoren, das dürfen wir nicht vergessen. Das wäre auch ein ganz starkes Zeichen an die israelische Regierung, dass sie sich jetzt endlich bewegen müssen, um den Menschen in Gaza zu helfen, was sie ja anscheinend momentan nicht wollen. Aber anders geht das im Moment, geht das im Moment nicht, muss man auch ganz klar sagen. Und es geht jetzt in erster Linie auch darum, diesen Menschen zu helfen. Und eine Zwei-Staaten-Lösung, finde ich für mich persönlich auch immer noch die beste Lösung. Und ja, das Vorgehen dieser rechten israelischen Regierung ist grausam momentan, war schon immer grausam. Und da muss klar gegengearbeitet werden. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, die UNO mit einzuschalten. Wenn Deutschland sich in den letzten Abstimmungen, wo es darum geht, die Palästinenser besser zu schützen, sich nicht enthalten hätte, sondern ganz klar gesagt hätte, wir stehen jetzt auch an der Seite der Palästinenser, damit das Morden und die Kriegsverbrechen da jetzt aufhören, dann hätte das außendiplomatisch und international eine ganz andere Note bekommen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil bei jeder Resolution, die in der UN gemacht wird, stimmt Deutschland, also für die Palästinenser, stimmt Deutschland entweder dagegen oder enthält sich. Und da muss man dann auch ganz klar klare Kante zeigen. Das ist ein mächtiges Instrument. Und das würde auch Aufsehen erregen. Ja, ja, absolut. Du hast vorhin schon den Iran angesprochen. Welche Haltung sollte Deutschland gegenüber dem Iran einnehmen? Also, ich bin ja immer noch ein Fan dieses Atomabkommens, das wir mal hatten. So, dieses Atomabkommen, das war ein erstes Zeichen der Entspannung Richtung Iran und wieder aufnehmen größerer Handelsbeziehungen mit dem Iran. Und ich finde, da sollten wir auch wieder hinkommen. Leider hat Donald, das war, leider hat Donald Trump dieses Abkommen, ich meine 2015, wieder aufgekündigt, was eine der einzigen guten Tat von Obama damals war, dieses Abkommen auszuhandeln. Und weil wir machen den großen Fehler und isolieren den Iran immer weiter international. Also zu uns hin, zu dem sogenannten Westen, zu den BRICS, öffnet sich der Iran ja jetzt langsam zu den globalen Süden. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns auch dem Iran wieder öffnen. Da passieren viele Menschenrechtsverletzungen, ja. Aber durch so eine Isolation im Iran kann sich da auch nichts entwickeln. Das müssen wir auch ganz klar so sehen. Und wenn wir uns gegenüber dem Iran öffnen, dann denke ich auch, dass es da eine Veränderung geben wird. Auf wirtschaftlich, ökonomisch wie gesellschaftlich. Und daher sollten wir alles daran setzen, dass wir wieder so ein Atomabkommen bekommen. Weil das würde die ganze Region dort entspannen. Definitiv ein Atomabkommen, die Wiederaufnahme des Handels. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch dafür, dass wir Europäer für ein von Zwift unabhängiges, also uns für ein von Zwift unabhängiges Zahlungssystem einsetzen sollten, das Handeln mit dem Iran an den US-Sanktionen vorbei ermöglicht. Naja, in dem Thema stecke ich jetzt nicht so weit drin, in welchen, wie weit man das jetzt abwickeln könnte. Da bin ich leider nicht so weit drin in dem Thema. Aber es wäre eine Möglichkeit, um die US-Sanktionen herumzukommen, klar. Dass man ein anderes Mittel einsetzt, um den Handel wie mit dem Iran wieder aufzunehmen. Klar. Das ist ja das große Problem an den US-Sanktionen, dass die Iran von Zwift, also von diesem internationalen Zahlungsabwicklungssystem, ausgeschlossen ist und sich europäische Firmen auch nicht trauen, mit dem Iran Geschäfte zu machen. Das heißt, es bräuchte einmal Garantien. Wenn US-Sanktionen uns treffen, dann bezahlt beispielsweise der Staat den Schaden, den diese Firmen dann von den USA hätten. Und ja, zieht dann amerikanisches Vermögen ein, um das hier zu regeln. Also quasi, dass man vor den Drohungen der USA nicht kuscht, sondern da ganz klar sagt, wir garantieren den Handel unserer Firmen mit dem Iran, erstens. Und zweitens, wir schaffen ein Zahlungsabwicklungssystem, was unabhängig von Zwift ist. Oder wir zwingen Zwift dazu, den Iran wieder an sein Zahlungssystem anzuschließen und sich nicht von den USA politisieren zu lassen. Zwift ist ja eigentlich ein europäisches System. Das sitzt ja eigentlich in Belgien. Also müsste man schauen, inwieweit man da politisch Druck ausüben könnte. Aber das sind Dinge, die man auf jeden Fall in Angriff nehmen müsste, wenn man mit dem Iran in Zukunft Handel treiben wollte. Also das, und das ist ja auch dringend notwendig. Also wenn man sich die Konflikte in dieser Region anguckt, Armenien, Aserbaidschan, Jemen, hast du schon angesprochen, Gaza, wir hatten es gerade schon erwähnt, oder Syrien. Also diese ganzen Kriege, beziehungsweise Konflikte, die in dieser Region gerade am Eskalieren sind oder gerade wieder eingefroren wurden und zu eskalieren drohen, um die friedlich zu lösen, braucht man immer eine Einbeziehung des Irans. Und deswegen könnte der Iran da eigentlich ein ganz wichtiger strategischer Partner deutscher Außenpolitik sein. Der Iran ist durch seine Feindschaft zu den USA im Westen sehr isoliert und da könnte Deutschland eigentlich Chancen ergreifen, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen in der Region. Sowohl wirtschaftlich als auch politisch, oder? Na klar, sehe ich genauso. Wir sehen das ja auch momentan, Iran und Saudi-Arabien nähern sich ja auch wieder an. Und das waren mal Todfeinde. Das darf man auch nicht vergessen. Und diese Beziehung zu dem Iran brauchen wir. Er ist ein Player in dieser Region und kann viele Sachen entscheiden. Was heißt entscheiden? Aber viele Sachen eskalieren lassen, aber auch wieder abklingen lassen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also wir dürfen den Iran jetzt nicht verteufeln. Natürlich ist das nicht innenpolitisch da nicht toll. Das verurteile ich genauso, wenn da Menschen gesteinigt werden, geköpft werden, wenn Frauen unterdrückt werden. Das ist auch nicht mein Ding. Aber wir können den Iran jetzt nicht ständig für irgendwelche Sachen verurteilen und wir isolieren den Iran immer weiter. Nein. Und wir brauchen den Iran auch, um, wie du schon sagtest, zum Beispiel die Lage in Syrien zu entspannen, wo Syrien auch immer noch unter den Sanktionen leistet. Das syrische Regime oder die syrische Regierung sitzt dann noch felsenfest. Aber wer leidet, ist die Bevölkerung. Das sehen wir auch ganz klar in den Sanktionen. Also Sanktionen und Isolation sind hier der falsche Weg für die Region. Und da muss wieder miteinander geredet werden. Und da muss man auch ganz klar, da darf man nicht als Vasalle der USA agieren, sondern da muss man auch ganz klar eine eigenständige Politik der Öffnung und des Friedens dann auch selber betreiben. Ja, Syrien, du hast das gerade angesprochen. Da hat der Westen in den letzten 13 Jahren Regime-Change versucht. Er hat islamistische Rebellen hochgerüstet, um die Assad-Regierung zu beseitigen. Das hat nicht funktioniert. Aber der Westen hat parallel dazu noch Syrien versucht, durch Sanktionen wirtschaftlich zu erdrücken. Das hat ziemlich gut funktioniert. Also die Versorgungslage in dem Land ist katastrophal und ohne Aufhebung der Sanktionen ist ein Wiederaufbau sehr, sehr unwahrscheinlich. Also was sollte Deutschland hier konkret machen? Nur eine Aufhebung der Sanktionen oder sollten wir wieder engere Beziehungen zur syrischen Regierung suchen? Natürlich sollten wir wieder eine engere Beziehung zu der syrischen Regierung suchen. Wir brauchen ja alle keine Freunde sein. Wir müssen miteinander reden. Das ist immer das Wichtigste. Ich weiß, ich werde noch dafür geköpft. Aber gut. Nein, das ist doch genauso wie mit Russland. Genau das Gleiche. Die Sanktionen, die wir verhängt haben und wir brauchen alle keine Freunde sein, aber wir können doch alle vernünftige Beziehungen führen, wirtschaftliche wie diplomatische. Und natürlich brauchen wir eine diplomatische Öffnung wieder nach Syrien, weil ohne Reden verändert sich nichts. Das ist nun mal leider so, auch für die syrische Bevölkerung. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für Afghanistan, oder? Ja, das nützt ja nichts. Wir können ja jetzt nicht alle Regime verurteilen, der Welt, bloß weil sie uns hier jetzt nicht in unserem westlichen Narrativ passen. Ganz unabhängig davon, was in den einzelnen Ländern passiert. Aber wir reden hier jetzt gerade über Außenpolitik. Und wir merken ja auch selber, dass sich die westliche Politik immer mehr isoliert. Und dass diese westliche Politik sich nur noch auf wenige Staaten beruft. Das ist ja nicht mehr viel. Wenn man NATO nimmt, G7, eine Handvoll andere Staaten, die jetzt meinen, wir sind immer noch der Global Player mit den USA. Das ist nicht mehr so. Die Welt verändert sich. Und die Welt verändert sich gegen die westliche Politik. Wo die westliche Politik auch selber dran schuld hat, mit ihren Angriffskriegen und ihren Freihandelsabkommen und Sanktionen, die die anderen Länder ausbeuten und unterdrücken. So, und wir müssen endlich wegkommen von diesem Narrativ. Wir dürfen jetzt nicht mit der Regierung reden, weil die böse sind, aus unserer Sicht. Das ist, das finde ich, absoluten Quatsch. Entweder wir machen jetzt mit allen vernünftigen Handel und vernünftige Beziehungen und versuchen erst gar nicht, Angriffskriege aufkommen zu lassen und respektieren die Sicherheit und die Kultur der anderen Länder. Oder wir machen einfach gar nichts mehr und können gleich den Dritten Weltkrieg anfangen und uns hier die Atombomben auf den Kopf schmeißen. Ja, absolut. Du hast es ja gerade schon Russland angesprochen. Und das fühlt ja im Nahen und Mittleren Osten eine sehr, sehr konstruktive Rolle aus. Also es hat im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan versucht zu verhandeln. Es setzt sich im Gaza-Konflikt dafür ein, dass Israel diese Offensive da endlich stoppt. Also hat da so ziemlich die gleiche Position, wie Deutschland sie eigentlich vertreten sollte. Also setzt sich für Frieden und Diplomatie ein. Zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, da ist Russland auch sehr interessiert daran, ähnlich wie China, dass dort gute Beziehungen herrschen und es zu keinem großen Krieg kommt. Und in Syrien hat Russland einen westlichen Regime-Change-Versuch abgewehrt. Und so dem Frieden in der Region, glaube ich, dem Frieden in der Region, glaube ich, nachhaltig geholfen. Also das ist schon sehr interessant. Das heißt, inwieweit schätzt du es ein, dass wir um die Europäische Union herum für Ruhe sorgen könnten, dass wir dort geopolitische Spannungen verringern könnten, wenn wir auch bessere Beziehungen zu Russland hätten? Ich schätze die Chance sehr hoch ein. Also Europa ist, also die Europa, beziehungsweise die EU ist ja jetzt kein, kein wirtschaftlicher, äh, kleiner Zwerg auf der Welt. Die EU hat, hat eine wirtschaftliche Macht, aber sie macht sich immer auch abhängig von einer EU-Hegemonalen Macht, äh, von einer USA-Macht und, ähm, versucht dann nach ihrer Pfeife zu tanzen. Ne, und wenn sich die EU und Europa eigentlich auch friedlich emanzipieren würde und nicht so wie die Europas Spitzenkandidatin Ballet sagt, wir müssen, äh, die, die, die Friedenspolitik der EU gilt nur nach innen und nach außen, brauchen wir mehr Mittel, um unsere, also mehr Mittel, um unsere Friedenspolitik durchzusetzen, wie Atomwaffen, etc. Ne, also dem, da muss man auch ganz klar unterscheiden. Wir können eine wirtschaftliche Macht sein und gleichzeitig, aber es geht aber auch nur, wenn wir mit anderen, mit allen auch vernünftig umgehen. Also, wir haben die Chance, als Europa, als EU, das zu leisten und, ähm, das sehe ich auch ein ganz klares Signal, müssen wir gucken, dass das auch am 9. Juni dann auch in den Wahlergebnissen auch so deutlich wird, weil das ist ein erstes Zeichen. Die EU kann stark sein, die EU kann ein wirkliches Friedensprojekt sein und kann, muss sich auch noch den, äh, Friedensnobeltpreis, den sie bekommen hat, den muss sie sich eigentlich verdienen, weil bis jetzt muss sie den eigentlich auch wieder zurückgeben. Es ist gerade schon gesagt, die EU handelt de facto wie ein verlängertes Instrument amerikanischer Außenpolitik. Also, die Staaten, die der NATO beigetreten sind, treten kurz darauf auch häufig der EU bei. Interessantes Schema, die USA haben sich auch immer dafür eingesetzt, dass die EU möglichst, äh, groß, ähm, erweitert wird. Also, die USA haben sich beispielsweise immer für die EU-Osterweiterung, für den EU-Beitritt der Türkei, sowie gegen den Brexit eingesetzt. Das ist sehr interessant, dass die USA quasi die EU so groß haben wollten, dass sie niemals zu einem eigenständigen Akteur werden kann, weil sie viel zu heterogen ist. Also, das ist mal eine interessante Frage. Wie, wie schätzt du es ein, dass, ähm, so viele Länder mittlerweile Mitglied der EU ist, sollte die EU noch weitere Staaten aufnehmen? Also, ich sehe das momentan sehr kritisch, wenn wir, ähm, also unsere Größe im Moment, weil rein ökonomisch betrachtet, alleine die, äh, Osterweiterung der EU hat den Ländern ja jetzt nicht sehr viel gebracht. Ähm, außer, dass da jetzt Regierungen hochkommen, die jetzt versuchen, ihren Rechts, ihren System, ähm, also das Rechtssystem da jetzt auch teilweise auszusetzen. Und, ähm, das Einzige, was es gebracht hat, ist Märkte für die starken wirtschaftlichen EU-Staaten. Mehr nicht. Dadurch geht es den Menschen in den, ähm, in vielen Ost-EU-Ländern ja auch nicht besser. und so, so eine Politik, nur um EU-Länder aufzunehmen, um dann neue Märkte zu erschließen, aber es verändert sich nichts dabei für die Menschen, es kritisch zu beäugen. Und wir sehen das jetzt auch am Beispiel Georgien. Georgien möchte der EU beitreten, äh, bezieht, aber pflegt auch Beziehungen zu Russland. So, und die EU sagt, das geht nicht. ne, und das ist ganz klar, da will man Macht-Einfluss, da will man Markteinfluss haben und versucht dabei, ähm, wieder andere Staaten wegzudrängen. Also ich sehe diese Größenordnung momentan sehr kritisch. Wir brauchen eigentlich mal, jetzt eigentlich mal einen Stopp und müssen jetzt erstmal bewerten, wie ist überhaupt die Lage jetzt in den EU-Ländern und was machen wir da überhaupt und wie kann man den, den, den Menschen da aktiv helfen, dass es dem besser geht und nicht, dass es den Geldbeutel von großen Konzernen und von Machtpolitikern besser geht. Ja, du hast da gerade viele Sachen angesprochen, also zu Wirtschaftspolitik innerhalb der EU kommen wir vielleicht gleich noch, aber das andere, was ich gefragt hatte, da fordert das BSW ja tatsächlich ein Moratorium für weitere EU-Erweiterungen, also die EU, die ist jetzt schon zu groß und auf die Schnelle noch weitere Länder aufzunehmen, das wäre auch für diese Länder nicht unbedingt von Vorteil, wie du ja gerade richtig erläutert hast, aber du hast vorhin angesprochen, dass einige osteuropäische Staaten ihr Justizsystem beispielsweise umbauen, aber das ist ja was, da sollte die EU doch eigentlich nicht reinregieren, oder? Ne, da sollte sie nicht reinregieren, weil es ist ja auch eine Folge der EU-Politik, dass Staaten praktisch da, wo sie alleine agieren können, nicht alleine agieren dürfen, wo die EU dann auch reinredet und dann wird es in der Bevölkerung und auch in der Politik führt das dann auch zu einer gewissen Spaltung. Ja, ich sehe einige Sachen auch kritisch, wenn Rechtssysteme umgebaut werden, wenn mit in Polen zum Beispiel sehe ich auch kritisch, aber das ist eine Folge dieser EU-Politik, dass man versucht, sein eigenes Ding auf einzelne Staaten drauf zu drücken und Sachen, die man selber in der Hand hat und das ist eine Folge der Sachen, die da gerade passieren, zum Beispiel auch in Polen. Was auch ganz interessant ist, jetzt, wo der neue polnische Präsident ja auch an der Macht ist, komischerweise wird das nicht wieder geändert, also ich habe es noch nicht gehört, dass das geändert wird, aber jetzt ist ja ein EU-freundlicher Präsident da an der Macht, dann hält man sich natürlich mit der Kritik zurück. Also es ist ein doppeltes Spiel, was da im Moment passiert und wir dürfen nicht zu viel hineinregieren in die einzelnen Staaten, sondern die Staaten sollten schon immer auch eine eigene Souveränität behalten müssen. Nicht nur das, also in Polen, da hat der neue polnische Präsident ja rechtswidrig Säuberungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgeführt, da seine eigenen Leute platziert, da haben polnische Gerichte gesagt, nee, ist illegal, der Präsident hat gesagt, ist mir egal, also wir haben wirklich mit einer rechtsstaatsfeindlichen Regierung zu tun und in dieser Situation hat die EU ihr Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingestellt. Also das hat einen sehr einfachen Grund, der neue polnische Präsident Donald Tusk ist ein neoliberaler NATO-Freund und kein konservativer NATO-Freund wie der alte. Also die alte polnische Regierung, die war ja geopolitisch sogar auf Linie, die hatte halt nur etwas konservativere Werte, hat LGBTQ- Freia-Zone und sowas ausgewiesen. Also ja, eigentlich hatte einige andere Vorstellungen und das hat schon gereicht, um Rechtsstaatsverfahren zu kassieren, aber jetzt wo ein liberaler Präsident an der Macht ist, hebt man das alles wieder auf. Also das ist schon sehr interessant, dass die EU hier für Parteipolitik genutzt wird, um missliebige Regierungen dann dadurch zu bestrafen und das ist glaube ich auch ein Grund, warum die EU nicht in die inneren Angelegenheiten von Ländern reinregieren sollte, aber zum anderen auch zu einem großen Teil die Wirtschaftspolitik. Also aktuell gibt es ja die Maastricht-Kriterien und den Fiskalpakt, die Wirtschaftspolitik von Ländern, die Fiskalpolitik unter sehr sehr strenge Auflagen setzen, dass sie laut Fiskalpakt nur 0,5% ihres Bruttoinlandsprodukts an Zusatz oder sogar ein bisschen mehr kommt darauf an, wie hoch die Gesamtverschuldung ist. Auf jeden Fall ist die Verschuldung, die Länder zusätzlich machen dürfen, laut Fiskalpakt sehr sehr gering und das würde in Ländern, die so etwas versuchten, zu einem wirtschaftlichen Absturz führen. Also das WSW setzt sich hier doch zuverlässig für die ersatzlose Abschaffung dieser völlig irren Regeln ein, oder? Ja, natürlich. Was nützt denn, wenn, wir können doch nur investieren, wenn wir Schulden aufnehmen. Das ist nun mal leider so. Wir sehen es ja auch, was letztes Jahr mit unserer Wirtschaft passiert ist, wo wir uns kaputt sparen, für Krieg und für Waffen. So, das Geld fehlt einmal und dann fehlt natürlich auch viel Geld in anderen öffentlichen Sektoren, wie Schulen, Bildung, Infrastruktur, Gesundheit. und es ist realitätsfremd zu sagen, ihr dürft nicht mehr Schulden machen. Wir müssen Schulden machen. Das gehört nun mal leider dazu, um etwas zu investieren, um später da wieder etwas rauszubekommen, damit wir nicht mehr so viele Schulden machen müssen. Das ist eigentlich ein Grundgesetz. Das sollte eigentlich so sein. Alle investieren, bloß wir nicht und unsere Wirtschaft schrumpft oder stagniert und leiden darunter tun die Menschen und nicht die Regierung. Das muss man auch immer sagen. Also Fabio hat ja sich auch schon oft eingesetzt für die goldenen Regeln, die eigentlich zu reformieren und natürlich ist das auch für Europa, für die EU ist das natürlich genauso. Ja, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Du sprichst gerade die Schuldenbremse im deutschen Grundgesetz an, die tatsächlich vom Fiskalpakt inspiriert ist, sage ich mal, auch seltsam, dass man da sowas dann ins Grundgesetz schreiben muss, eigentlich ein Missbrauch unserer Verfassung für ideologische neoliberale Ziele hier, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich meinte gerade wirklich die Fiskalregeln auf EU-Ebene, also den Fiskalpakt und die Schuldenregeln von Maastricht, also drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr an Neuverschuldung und 60 Prozent an Gesamtverschuldung, dass diese Regeln ersatzlos abgeschafft werden. Also da haben wir von dir gerade Wort, dass sich das BISW dann in Brüssel dafür einsetzen wird. Ja, das steht auch so in unserem Wahlprogramm, dass wir für eine vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik steht und solche Regeln sind natürlich ein Todesstoß für ganz viele Staaten, wenn sie nicht weiter investieren können und ihre Sektoren weiter aufbauen können. Klar. Ja, das sieht man ja gerade in Griechenland oder Italien. Also in Italien ist die Wirtschaft über 20 Jahre hinweg nicht gewachsen. Jetzt sind die Schuldenregeln durch Corona und Ukraine Wirtschaftskrieg gegen Russland mal ein paar Jahre ausgesetzt gewesen und die Wirtschaft wächst relativ stark. In Griechenland genau das Gleiche. Die Wirtschaft ist brutal abgestürzt durch die ganzen Sparprogramme und jetzt plötzlich seit Corona wächst die Wirtschaft sehr, sehr stark in Griechenland. Warum? Weil der griechische Staat sich plötzlich verschulden kann. Also da sieht man doch, wie komplett gescheitert diese Regeln sind, wenn man ihnen jetzt mal unterstellt, dass es ihnen um den wirtschaftlichen Erfolg der nationalen Ökonomien ginge und nicht darum, die Interessen des Finanzkapitals zu sichern. Ja, sehe ich genauso wie du. Ja, ich glaube, dann kommen wir zum Schluss nochmal zu einem innenpolitischen Thema. Das BSW hatte ja jüngst sein neues Rentenkonzept vorgestellt. Wie sind denn da die wichtigsten Eckpunkte? Also die wichtigsten Eckpunkte sind erstmal, dass wir eine Rente wie in Österreich haben wollen. Das ist finanzierbar nach diesem Modell, weil es wurde auch eindeutig nachgewiesen durch hier unsere Anfragen, dass wir im Gegensatz zum Bruttoinlandsprodukt, das stetig gewachsen ist, immer weniger Geld in die Rente reinpumpen, also reinbringen. Unser Bruttoinlandsprodukt wächst über die Jahre, nicht stark, aber es ist auch über Jahrzehnte gewachsen, muss man ja auch sehen, und wir geben nach dem Bruttoinlandsprodukt immer weniger für die Rente aus. Und bei uns bezahlen nicht alle in die Rente ein, aber und das wollen wir ja aber erreichen, weil dann gibt es höhere Renten, Beiträge sind dann auch niedriger und wir sehen es in der Schweiz und in Österreich klappt das, da haben die Leute höhere Renten und das ist unser Ziel, es ist finanzierbar, bloß die anderen etablierten Parteien müssen auch eigentlich den politischen Willen dazu haben, um eine Verbesserung für die Rentner und auch für unsere Generation zukünftig, wenn wir in Rente gehen, ein gutes Rentenkonzept dann auch dahin zu stellen, also das darf man jetzt nicht vergessen, es geht ja jetzt nicht um die jetzigen Rentner, es geht auch um dich und um mich und ich will gerne in dem Wissen aufwachsen, ich brauche nicht Angst haben vor Altersarmut, so dazu kommt auch noch, dass wir auch eine Inflationsprämie für die Rentner fordern, weil Beamte haben die bekommen, die anderen Rentner nicht, das ist auch schon mal nicht in Ordnung und natürlich dass Renten bis 2000 Euro auch steuerfrei sein sollen. Ja, definitiv, du hast gerade das österreichische Modell angesprochen, welches ja vorsieht, dass die gesetzliche Rente deutlich gestärkt wird und solche ganzen komischen Ideen wie Riester wieder abgewickelt werden. Wie ist denn in diesem Kontext dann diese neue Aktienrente der FDP zu bewerten? Da will die Rampelregierung ja Schulden an den Finanzmärkten aufnehmen, dafür 4% pro Jahr an Zinsen zahlen und mit diesem geliehenen Geld dann Aktien kaufen. Also wer davon profitiert, das lässt sich glaube ich ziemlich leicht erraten, nämlich die Banken, bei denen man diese Schulden aufnimmt, die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemission gehören, also JP Morgan, Goldman Sachs, die Commerzbank, die Deutsche Bank, ja UBS, die ganzen Banken, die dazu gehören, die kassieren risikolose Zinsen dafür, dass der Staat an den Finanzmärkten Hedgefonds spielt. Also wie sind solche Vorgehensweisen zu bewerten? Solche Vorgehensweisen sind zu bewerten von einer neoliberalen FDP, die doch lieber, die immer noch auf diesen, wie heißt das mal so schön, die haben jetzt, genau, der Finanzmarkt, das ist ja so, der Neoliberalismus, das ist ja ein Glaube, das ist ja kein Konzept, was sich für alle Menschen positiv auswirkt, das ist ein Glaube wie eine Religion und die FDP und ganz auch viele andere Politiker, auch aus der SPD, CDU, die sind auch so ein Glauben Narrativ gefallen, drauf gefallen, dass es, dass dadurch alles besser wird, also ich weiß nicht, was Lindner da geritten hat, allein wenn wir jetzt 200 Milliarden an der Börse investieren würden, wie sagst du schon, sag, hast du ja schon gesagt, profitieren da ja andere von und nicht die Rentner und wenn wir dann das Geld investieren, irgendwann mal 200 Milliarden, kriegen wir vielleicht erst mal in den ersten Jahren 10 Milliarden Euro raus, das reicht für einen halben Monat Rente und hier wird ganz klar die Banken gestärkt, aber nicht das Rentensystem und die Rentner und da sind natürlich ganz klar Lobbyinteressen dahinter, da sieht man auch ganz klar, wer Einfluss momentan auf die Politik hat, das sind nicht die Bürger, über die es eigentlich gehen sollte, sondern das sind ganz knallharte Lobby- und Kapitalinteressen und das ist sehr kritisch zu beäugen. Also dass die FDP und SPD und Grüne auch Politik fürs Finanzkapital machen, das ist uns allen ja schon seit längerem bekannt, spätestens seit der ersten rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder, wo man unser gesetzliches Rentensystem zusammengekürzt hat, um dann diese Riesner-Rente durchzuwinken, wo jeder vierte Euro in den Taschen der Versicherungskonzerne, also von Maschmeyer und Co. gelandet ist, also das war ja auch ein einziger Scam gegenüber den Rentnern, aber wie kann es sein, dass die Medien darüber nicht vernünftig berichten, wie kann es sein, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht erklärt wird, wer eigentlich von so einem Vorschlag profitiert, sondern dass da noch in den Raum gestellt wird, es könnte ja sein, dass das zur Sicherung unseres Rentensystems beiträgt, wenn die Finanzmärkte sich gut entwickeln, ja die Finanzmärkte sind ein Abbild der Realwirtschaft, wenn die Finanzmärkte stärker wachsen als die Realwirtschaft, dann ist das entweder eine Form von Blasenbildung oder es deutet darauf hin, dass die großen Vermögen stärker, also dass die Ruheneinkommen, die ihr Geld an die Finanzmärkte tragen können, stärker wachsen als die unteren Einkommen, das heißt entweder ein Symptom zunehmender Ungleichheit oder ein Symptom von Blasenbildung, was beides extrem gefährlich ist, das heißt die Finanzmärkte können langfristig keine höhere Rendite als die Realwirtschaft bieten, es sei denn, man treibt Maßnahmen, die die Stabilität des Finanzsystems gefährden, noch weiter hoch, also da ist diese einfachen Gedankengänge von den Medien nicht mal vermittelt werden, wie kommt das? Oh ja, der Öffentlich, ja genau, da können wir ja gleich mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk anfangen, also wir sehen hier eine starke, egal in welchem agieren im Moment, ob es Ukraine ist, ob es Gaza ist oder das Thema, was du angesprochen hast, also hier wird auch ganz klar sich immer nur für eine Seite gestellt und das liegt am ganzen Konstrukt des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, viele Journalisten können einfach nicht mehr ihre Meinung schreiben, wir haben einen Rundfunkrat, der anscheinend nicht mehr dazu imstande ist, die Meinung von vielen Leuten zu beleuchten oder auch Themen zu beleuchten und dann wird gleich jemand diskreditiert, oh Gott, das darfst du nicht sagen, das ist ja gegen die Regierung und also ich sehe da auch mittlerweile, das sind dann in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was eigentlich unsere Hauptmedien sein sollten oder auch sind, dann ganz klasse, auch mittlerweile eine Interessenpolitik stattfindet, anstatt eine wirkliche Berichterstattung, die beide Seiten beleuchtet. Ja, damit ist das Fazit, dieses Mal wie so viele andere Male das Gleiche, dieses Mal wie so viele andere Male das Gleiche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte in seiner derzeitigen Form abgeschafft werden, vielleicht kann man was Besseres an seine Stelle setzen, aber das, was wir da aktuell haben, ist ein Laden, der Regierungspropaganda betreibt, egal ob in der Wirtschaftspolitik oder in der Außenpolitik oder in anderen Bereichen, es ist überall das gleiche Elend und ja, das ist glaube ich ein Thema, wo wir noch mal ein anderes Mal drüber reden können, vor allem zu den Ostwahlen, da wird das sehr interessant, wie sich die ostdeutschen Bundesregierungen, die ostdeutschen Landesregierungen zu den Rundfunkstaatsverträgen verhalten werden, dort könnten uns nämlich interessante Entwicklungen bevorstehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für dieses Interview und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei dir und es freut mich, dass wir es eigentlich geschafft haben und ich freue mich auf das nächste Mal.